Asistina ist ein Reinigungsgerät für zahnärztliche Hand- und Winkelstücke. Die vielen einzelnen Teile eines Hand-Winkelstückes sind schwer zu reinigen und zu pflegen. Dank der Asistina werden diese Instrumente gründlich gereinigt. Die automatisierte Instrumentenpflege bietet klare Vorteile. Fachgerechte Reinigung, Hygiene, einwandfreie Funktion, Ölpflege und lange Lebensdauer. Die Asistina ist das ideale luftbetriebene Pflegegerät für Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Luftmotoren und luftbetriebene Scaler aller bekannter Hersteller. Die Instrumente sind dann zwar optimal gereinigt und gewartet, jedoch noch nicht steril. Hierfür müssen die Instrumente in einen Klasse-B-Sterilisator. Mehr dazu im gleichnamigen Video. Erst dann können die Instrumente beim nächsten Patienten wieder gefahrlos eingesetzt werden. Mehr dazu im Obflegebitene Bestr 이름 zu anschauen. Mehr dazu in. . Untertitelung des ZDF, 2020